warum man so und so gut 50 ok busi ist ein full primärter standoff aber das ist noch mal es gibt ja leider keine möglichkeit aber hier gibt es die gut hast du einen kleinen jahr zum klaren wollte ich auch noch ich habe jetzt habe ich mir den sperber hier kann ich nutzen der hat schöne explosion das finde ich supergeil warum auch immer überlebt hat keine ahnung ein super schöner bogen der total kreis gerade derzeit passen nur 20 leute rein wenn ihr wollt gerne bewerben optimalerweise seid ihr aktive zuschauer meines kanals das fände ich halt am besten und ihr kriegt halt wenn ihr am klaren sind extra belohnung und je höher die klaren stufe ist desto mehr leute kommen hier rein maximal 65 was auch eine ordentliche zahl ist und für jeden sieg den wir halt oder für ihn jedes spiel was sie abschließen wir entweder sechs klaren aktivität bei mehr spieler sechs klaren stufe battle royale oder wenn du zehn kopf punkte ausgibst kriegst du eine klaren aktivität maximal 5000 pro tag wir haben das sechsten 11 11 multi spieler multi spieler schon macht ja gucken ob wir eine mit der platte raketung 1 king zwei abschüsse was ist besser kann auf die mobile kommt auf die modern warfare eine mobile ist ja kostenlos noch ich habe so viele waffen karten dass ich theoretisch super viel maxen könnte denke ich ohren ohren augen und kämpft hier rum doch er ist immer noch da gewesen ach so ne sniper spiele ich nicht na wo seid ihr hei erinnere mich noch an die keine kock zeiten dann kock dann kleiner lutsche alter super mies da oben da kann man nicht auch lang laufen alle wo kommt die oh gott wad 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 hallo hallo hä das ist der granatwerfer ach warst du nicht sagt ich dachte dass werden rosa pony ja das ist glaube ich auch so eine fähigkeit wie der flammenwerfer doch ... dass du einfach unheimlich viele Granaten ballern kannst. Das ist schon mies, oder? Ich habe mit dem Granat einfach mal in die falsche Richtung geballert, würde ich mal sagen. Guck dir das ein, Mann! Das ist eine Waffe für Mongos! Was ist das?! Zwei Kills wollen die gehen an, oder? Naja... Guck euch das einfach nach oben! Diese Fähigkeit ist so abartig! Da ist einer! Tut dich diesen Bullshit an, Alter! Tja komm, wo ist er denn? Alter! Sieg! Gibt es jetzt! Jetzt! In diesem Moment! Dass man schießen kann mit oder ohne Vision! Muss noch extra einschieben! Ach echt, ja! Hi, Flair-Time! Der kann aber ganz schön weit schießen! Unquietscht! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin leider tot wahrscheinlich. Der Loli hat es mir erst nicht geschafft, mich zu killen. Geht! Halt! 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 Verdammt! Ich bin da nicht im Feindgebiet, wa? Da liegt ein bisschen Muni!